Tja, das sind äußerst spannende Folgen im Moment, ich weiß, höchst entertainend. Gibt es da vorne irgendwo lang? Fahrzeuge zu Hammerpreisen, check this out. Ödland betreten. Keine Ahnung, ob ich da jetzt richtig bin, aber gehen wir doch einfach mal raus. Also nicht im Real Life, im Real Life gehe ich nie raus, bis daher. Zumindest haben wir hier eine Linie, die wir verfolgen können. Ich finde die Idee geil. Eine Stadt, die so halt auf den Trümmern der ehemaligen Kanalisation steht. Ach, hier runter oder was? Da sind wir ja direkt richtig gelaufen. Ich fühle mich hier nicht unbedingt behaglich. Die könnten Karten versteckt sein, oder? Theoretisch. Oder findet man die im offenen Gelände nicht? Doch, ich glaube, ich habe schon welche im offenen Gelände gefunden. Glaube ich. Würde jetzt auch nicht meinen Arsch drauf verwetten. Die Blue Line Station. Um Gottes Willen ist der hässlich. Den kann, glaube ich, nicht mal eine Mutter lieben. So. Fängt ja gut an. Ein Schraubenset. Set. Ein Benzinkanister. Wow. Alter, klingt das nah. Lecker Feldried. Wo sind die alle hin? Was zum... Darf ich hier irgendwas sprengen? Komm ich da raus? Kann ich die öffnen? Hm, vielleicht später. Sag mal. Es kommt mal her. Ich verarsche mich die ganze Zeit. Nur kann das sein? Wo sind meine Wingsticks? Da sind meine Wingsticks. Kommt der her? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass hier so viel los ist, aber sich nichts mit uns anlegen will. Freunde, ihr macht mir Angst. Freunde? Flüchten die echt vor uns? Ich glaube nicht, dass die vor uns flüchten. Ich glaube, hier ist irgendwas anderes. Aber das hätte uns doch auch schon angegriffen. Wow. Wow. Alter. Wow. Wow! Ihr verdammten Scheiß-Dücher! Haben die mich gerade verjagt? Unglaublich! Runter mit dir! Wieviele wollen denn da noch kommen? Ist jetzt mal gut. Deshalb haben wir da gerade so viel Munition bekommen. Die kommen ja echt aus allen Löchern. Habt ihr den Athlet gerade gesehen, wie der da hoch ist? Wahnsinn! So! Nettes kleines Intermezzo! Oh, vertig! Oh Gott! Die werden uns bestimmt noch öfter begegnen. Der hatte wohl Kopfschmerzen. Soll ich dir eine Tomapyrin holen? Oh! Da hilft auch kein Tomapyrin mehr. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ich speicher mal kurz, würde ich sagen. Das von gerade, das ist nicht schwierig, das ist nur nervig. Das will ich nicht nochmal machen müssen. Oh Gott, da kommt noch einer. Oh Gott, da kommt noch einer. Wollt ihr mich jetzt nicht einfach mal weiterlaufen lassen? Es ist für uns beide irgendwie viel schneller vorbei. Wir craften irgendwie unheimlich wenig. Fällt mir gerade auf. Kriegen hier so viele Materialien und craften eigentlich überhaupt nichts. Wow! Wer schmeißt da? Oh, da ist noch einer. Was ist halt denn hier für scheiß Pyromanen? Haben die Plasmikkräfte bekommen oder was ist das? Au! Was? Da ist noch einer. Ne, da wirft nur einer mit Messern. Hey, die Witzka. Was hier los ist. Unglaublich. Darf ich jetzt mal weiter? Oh! Die Waffe ist fast leer. Dann kommt irgendwie nichts daran. Uh, ist das schickig. Dadurch, dass der Boden hier so schräg ist. Ah, they're here. Oh! Oh! Oh, was! Oh! 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 Oh, oh! Oh! Was man hier alles findet. Wahnsinn. Ah, mein Daumen krampft. Ah. Ah. Eigentlich ganz schön hier, oder? Wenn nicht die vielen Mutanten und so weiter da wären. Schrot-Munition. Richtig, können wir nochmal die Schrotflinte benutzen. Auf welcher Taste war denn die Schrotflinte? Ah. Ich speichere doch einfach nochmal. Schadet nicht. Was zum Teufel? Klopft da hinten an die Tür. Ich hoffe, das ist der Osterhase oder so. Irgendwas süßes, pelziges. Und das gar nicht aussieht wie ein Mutant und uns auch nicht töten will. Don ja, ich speichere doch nochmal. Ich speichere doch damit. Ja. Jetzt reicht's aber langsam mal. Au. Leute. Es wird langsam nervig. Es wird gefeiert. Es wird gefeiert. Es wird gefeiert. Es bleibt. Das ist ein Geheimen-Verz carried.